Der schläft gut, oder? Hey, da haben wir früher immer so Hundeaustaus mitgebracht. Das ist Grissen! Das ist Grissen! Den darf ich nicht losmachen, weil der wird reinbeißen. Nimm die Innenbahn, nimm die Innenbahn und die... Grissen! Grissen! Wenn der über 5 Meter Höhe ist, oder so, dann ist... Grissen, der kommt! Ja! Grissen! Ja! Solange ich in meinen reinweiß, ist das mir egal. So! Wie verarscht ich die Runde! Oskar! Guck mal hier! Oskar! Nein, dann bin ich schon. Fertig! Hahaha! Passade ich jetzt! Ich bin fast! Ich bin fast! Was ist extra nicht, finde ich? Das ist natürlich leidisch. Ich bin auf dem Tuch der Gänge! Hahaha! Hahahaha